Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, da seht ihr schon, 300 und ein paar zerquetschte. Da werden wir uns jetzt hinbegrühen. Ja, da ist auch eine Söldnerin. Dafür gibt es ein Kopfgeld. Und mal gucken, ob ich das schaffe. Jetzt habe ich ja einiges geschafft, aber wie gesagt, manches mehr schlecht als recht, aber geschafft, egal warum. Wie gesagt, ich bin ja kein Killer-Profi. Ich zocke nicht zehn Spiele hintereinander, sondern ich mache wirklich eins zu Ende und dann war es das halt da oben. Lavrio. Okay, neuen Ort entdeckt. Eureka. Ist da unten? Okay. Da ist irgendwas. Und das. Okay. Hm. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Es ist ja keine Höhle. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, ja, sicher, aber... Wie sollen die mich erwischen? Wie geht das denn jetzt? Oh, ich hasse sowas zu suchen. Ja. Okay. Lavrio Silbermine. Wo, 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 wo. Okay. Heimat, deine Sterne. Das ist ja riesig. Da draußen. Okay. Hier unten irgendwas. Da. Was ist da? Da sind nur Arbeiter. Okay. Da ist gar nichts mehr. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Okay. 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 So, jetzt mache ich doch mal... Jetzt mache ich das doch anders. Ja. Wo ist denn die jetzt? Die Kopfgeldjägerin. Hier ist Helbe Albert. Die war doch gerade noch da. Ich bin doch nicht bescheuert, ey. Ich habe die doch gerade noch gesehen. Nee. Anscheinend nicht. Da. Oh. Was ist da? Mal weiter gucken. Okay. Da ist nichts. Ja. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Die Kopfgeldjägerin. Nee. Und hier ist auch nicht. Doch, da ist sie. So. Okay. Okay. Wollen wir mal in diese Richtung. Oh nein. Wir werden in diese Richtung stiefeln. Die kommt uns auch entgegen. Welches habe ich? Das passt. Hoffentlich geht die jetzt nicht da rein. die Fernangriffe ist. Oh. Wo ist sie? Ausgerechnet da drin. Okay. Tun wir mal so. Als wenn. Als ob. Als würde. Oh. So. Komm, 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 komm. Ja, ja. Später. Ah. Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Die muss irgendwie angehalten werden. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! hat so ein Köter habe ich schon mal versuch einfach so zu bleiben da hab ich nichts dagegen hier bin ich nein aber ja 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 Ei, 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 ei. Ja, du brennst. Aber auch nicht mehr lange. Das spüre ich. Der nackt in der Hand. So, Ende Gelände. Schätze, Ken. Wow. Adrenalin bei kritischen Treffern. Mal gucken, wann ich da an Gila teilgekriegt habe. Hoffentlich sieht er besser aus als das. Und 37 hier. Hier, Jägerschaden, Fernkampfschaden. Naja. Nicht gerade berauschend. Jäger. Ja, das ist alles mit Jäger. Ich habe hier reichlich. Und das ist ja Attentat, Krieger. Nee. Eigentlich nicht. So, dann gucken wir mal hier noch, was wir da gekriegt haben. Nichts Besonderes. Was habe ich denn da noch? Okay. 100 Schaden bei Tieren. Schwere Klinge schaden. Wenn dann kommst du weg. Attentat, 20. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das besser zerbrösel oder was ist das denn hier? Ach so. Die beiden Rätsel haben wir ja gelöst. Richtig genau. Alle drei. Sechs Stück. So. Und wegen einem bin ich auch hier. Wegen jenen welchen. Genau. Und als zweites... Ach, so schande. Da hinten bin ich. Warte mal. Wir machen das anders. Was ist das hier? Der Wert des Lebens. Gehen wir erstmal da hin. Phobos, komm her. Ich brauch dich. Oh. Hm. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So. Kann ich gar nicht. Was ist der denn? Und weiter. Ja, ja. Ja, ja, weiter. Immer weiter auf der Leiter. Immer heiter. Grüner auch. Ja, das war der, der vorhin am Wegesrand gesessen hat. Aber ich musste ja erstmal die anholen. Ich glaube, jetzt fehlt mir noch ein Söldner. Dann habe ich permanent... Permanentment. Permanent. Einen Zimmermann. Ja. So. Aber was ist los? Sag es. Komm. Tinten. Nörster Bum. Pst. Bait. Gibt es jetzt schon Zuschauer, wenn wir bestraft werden? Das ist ja noch schändlicher. Ich habe nicht zugeschaut. Ich sah es rein zufällig. Du siehst einen Mann, der für seine Freiheit bezahlt hat. Und trotzdem ein Sklave bleibt. Das ist erlaubt? Mein Meister nannte mir einen Preis für meine Freiheit. Und ich sparte darauf. Jetzt, wo ich ihm das Geld gegeben habe, streitet er ab, dass es die Vereinbarung gab. Oho. Das ist nicht richtig. Ich werde ein Wörtchen mit ihm reden. Wirklich? Das würdest du tun? Naja. Mein Name ist Feldon. Ich weiß nicht, wer du bist, aber die Götter müssen dich geschickt haben. Sie haben meine Gebete erhört. Mhm. Gut. Ja. Und du verdienst ihre Hilfe. Du hast etwas an dir. Etwas Besonderes. Das glaube ich gern. Wie auch immer. Ich danke dir. Mein Meister sollte an der Silbermine sein. Wahrscheinlich überwacht er die anderen Sklaven dort. Hast du schon immer einen Sklave? Von klein auf. Ich wurde am falschen Ort von der falschen Familie geboren. Ich wurde mehrmals verkauft. Und erst jetzt hast du genug Geld, um dich freizukaufen? Erst jetzt fand ich einen Meister, der sich darauf einließ. Ich hätte wissen müssen, dass er lügt. Es war meine einzige Hoffnung. Hm. Ja. Bist du oft so ausgepeitscht? Öfter als du ernst. Was hast du getan? Ich weiß es nicht immer. So langsam gearbeitet. Jemanden schief angesehen. Um Wasser gebeten. Manchmal tun sie es nur zum Spaß. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Kann ich mir vorstellen. Also das ist er jetzt. Befinde mit deinem Meister und sorge dafür, dass er zuhört. Er ist kein guter Zuhörer. Bei mir ganz sicher. Ja. Glaub mir, wenn ich ihm den Scheitel auf links dreh. Der Wert eines Lebens. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Halt Quest. Das sind ja miese Nummern, ey. Boah. Der Wert eines Lebens. Da haben wir das. 27 Meter? Der kann so mal reden hier. Ey, du Sack. Du siehst stark aus. Ich suche immer Leute, die auf Sklaven aufpassen. Falls du Arbeit suchst. Oh ja. Ich habe schon eine Arbeit. Es geht um einen deiner Sklaven, Phaedon. Es würde ich ihren Namen kennen. Du verschwendest meine Zeit. Mhm. Okay. Ich müsste gar nicht hier sein. Du verschwendest meine Zeit. Ha. So hat schon lange keiner mehr mit mir geredet. Mhm. Spuck es aus, solange du mich noch amüsierst. Phaedon hat für seine Freiheit bezahlt. Gib sie ihm. Hm. Nein, das klingt nicht nach mir. Aber ich will großzügig sein. Tu etwas für mich. Und ich gebe diesem Phaedon seine Freiheit. Und was? Du sollst deine Frau für mich töten. Ihre Familie bliebe ganz allein zurück. Aber der Kult des Kosmos besteht darauf. Du bist ein Mitglied des Kults? Wenn das stimmt, weißt du, wer ich bin. Du bist klüger, als sie dich dargestellt haben, Adlerfrau. Sag mir, warum ich dich nicht gleich töten sollte. Du könntest. Aber wenn ich sterbe, bleibt der Sklave ein Sklave. Und ich bin der Einzige, der weiß, wo seine Papiere sind. Warum soll diese Frau sterben? Oh, tut mir leid. Mir war nicht klar, dass du das wissen musst. Moment. Musst du nicht? Mhm. Okay. Phaedon sagte, du hast schon einmal dein Versprechen gebrochen. Das solltest du dieses Mal besser nicht tun. Zieh dich um. Ich habe viele Sklaven. Im Austausch gegen den Tod dieser Frau kann ich einen entbehren. Die meisten halten ihre Mitgliedschaft im Kult lieber geheim. Du kannst nichts dagegen tun, wenn du diesem, wie hieß er noch, helfen willst. Außerdem macht es die ganze Situation amüsanter, meinst du nicht? Ich mache mich auf den Weg. Zählte die Frau oder nicht. Deine Entscheidung. Aber wenn du deinem Sklavenfreund helfen willst, hast du keine Wahl. Die Freiheit des einen ist der Untergang des anderen. Mhm. Das ist schade. Aha. Okay. Ist er das? Ja, ne? Achso, Details. Gucke ich mal kurz. Ja, das ist er. Tja, Junge. Ich würde sagen... Kassandra, welch Zufall, dass wir uns hier treffen. Es fühlt sich nicht nach Zufall an. Ah, dann möchtest du heute wohl über das Schicksal reden. Nein, nicht wirklich. Gut, ich hatte etwas anderes im Sinn. Hm? Ah, Tika ist groß. Und doch führt uns das Schicksal immer wieder zusammen. Ah, du versuchst wieder auf das Thema Schicksal zu kommen. Aber ich lasse nicht zu, dass du ausweichst. Also, wie viel hast du mit angehört? Oh, alles. Du musst eine schwierige Entscheidung treffen. Wie viel ist die Freiheit eines Menschen wert? Glaubst du, dass ein Leben mehr wert ist als ein anderes? Mhm. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Den ersten Atemzug machen wir alle gleich. Aber sind deine Atemzüge vergleichbar mit meinen? Meinst du nicht, dass der Atem von Perikles besser genutzt wird, als der eines Mannes im Gefängnis? Es ist egal, welche zwei Menschen du vergleichst. Die Antwort bleibt dieselbe. Dann sind ein Priester und ein Dieb gleich? Ein Politiker und ein Kind? Ein interessanter Standpunkt. Ich habe genug gesagt. Ah, du hast recht. Ich weiß, dass du zu tun hast und dein Geist erschöpft bist. Das klingt nach mir. Dann geh. Es war mir eine Ehre, diese Gespräche mit dir zu führen. Mhm. Mir auch, Sokrates. Weißse... Hä? Nee. Weißt du, geh zum Sklavenhändler, zum Sklavenalter zurück. Okay. Ich kill den so oder so. Warte mal, ich guck mal eben auf... Ähm... Nee, hier unten ist einer. Der Große, aber... Den kill ich so oder so. Was willst du? Ich... Ich werde niemanden töten, damit du Fedon freilässt, wenn er längst frei sein sollte. Schön. Ich finde schon jemanden, der sie tötet. Und Fedon bleibt mein Sklave. Ich werde ihn reich dafür belohnen, dass er so viel meiner Zeit vergeudet hat. Mhm. Mhm. Ich würde sagen... Ich werde euch alle kriegen. Ja. 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 Jawoll. Da habe ich sie jetzt. Alle pünff. Mhm. So. Weg hier. Ja. Kultkosmos. Okay. Was ist hier? Details. Wofür Details? Den habe ich doch schon gelesen. Okay. Okay. Der Höker. Den haben wir ja schon. So. Ah. Unentdeckterweise. So. Dann enthüllen wir dich mal, Kollege Schnüschung. Nichts entgeht den Augen des Kosmos. Ah. Guckt ihr da an. Ich glaube, die kennen wir sogar. Hm. Nix. Oder es gibt so eine ähnliche. Das ist natürlich möglich. Ja. Krieger. Dolch. Oh. Die ist nicht schlecht. Okay. Ja, 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 ja. So. Und dann werde ich jetzt mal weitergehen. Ähm, die Quest ist erledigt. Und jetzt. Ne. Karte. Genau. Da will ich hin. Moment. Hat da gerade jemand. Der hat ein Kopfgeld auf mich angesetzt. Militärlager. Weißt du, wir gehen erstmal dahin. Und, äh, ich synchronisiere dann mal. Weil dann habe ich bessere Chancen. Warte. Okay. Turm von Sunion. Oder ich weiß nicht, wie die das nennen, aber. Sunion klingt ja nicht verkehrt. Ja. Okay. Ich muss ja hier irgendwo hin. Ja, hier. Turm von Sunion. Ach so. Nur von wo? So, hier. Nein, auch nicht. Ja, doch. Geht. Äh, warum geht das nicht? So. Hier oben. Ähm, uah. Fahre ich mich noch weiter. Okay. So. Na, hervorragend. Also hier auf der Insel habe ich noch genug zu tun. Was eigentlich? Die äußerste Ecke. Was ist das? Norden ist da. Das ist der Westen hier. Ja. Ne, Quatsch. Der Osten. Sorry. Wenn da ein Norden ist, wo jetzt der Tee ist, dann ist da Osten. So. Wunderherrlich. Ähm. Ja. Äh. Komm. Ran an die Boden. Yeah. Dann lassen wir es wieder. Oh nein. Ich hasse diese Luchse. Oh. Nee, nee. Löwen habe ich jetzt gar keinen Sinn dazu. Absolut nicht. Nee, nee. So. Der hängt in der Luft. So. Dann lassen wir jetzt mal Nacht werden. Und dann zerpflücken wir das Lager. Ja. Auf jeden Fall. So. Jetzt nehme ich wieder meinen. Nee, hatte ich da gerade. So. Weiter. Okay. Okay. Okay, doch. Ich weiß nicht, wie voll das ist. Auf jeden Fall ist da der Depp. So. Wie groß ist das Lager nicht. Oh. Aber schon ein paar Leute sind da. Hier oben einer. Nein. Okay. Komm ich da hinten irgendwo rein, weil der Typ liegt direkt da. Der Typ liegt direkt da. Ja. Aber da komme ich so nicht rein. Doch, hier komme ich rein. Auf jeden Fall. Aber. Sie werden mich suchen. Ja. Ich muss vorsichtig sein. Hm, ganz vorsichtig. Komm ich hier hoch? Ja, hier komme ich. Gehst du wohl da drauf, du doof Kuh? Komm ich von hier hinten rein? Nee. Das geht also nicht. Jetzt weiß ich nicht, wer das alles hören kann. Wo kam das denn her? Ja, dann würde ich mal hier gucken. Komm hier hin. Hier bin ich. Genau. Okay. Wie sieht das aus, wenn ich den was vor die Hirse knallt? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Eieieieieieieieieiei. Aber vielleicht ein gutes Ablenk. Na ja. Komm hier hin. Ich werde die Ursache finden. Oh. Dann komm doch. So. Einer. Okay. Ja, der ist weg. Nee, nee. Nee, das reicht nicht. Wieso reicht das nicht? Gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Und die beiden erstmal wegschnalzen. Da geht's. Da geht's doch. Hm. Ah. Okay. Okay. Für mich? Ich fackele direkt dein ganzes Lager hier ab. Ist doch nicht geil. Jawoll. Erstmal alles hier abfackeln. So, und jetzt können wir in aller Ruhe alles einsammeln. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, 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 ja. Wir sind schon fast fertig und fast durch hier. Halt. Okay. So, das ist das erste Lager. Ja. So, ist hier noch irgendwo weit? Ja, da ist klar. Okay. Sehr gut. Naja, hier liegt ja doch alle Handzeugs rum. Im ersten Augenblick. Doch, Alter. Nicht so, aber... Anscheinend doch. Auch weg. Okay. So, das war's. Nochmal Kontrolle. Ne, anscheinend nicht. Das war das dann. Nein, alles weg. Gut. Alles weg. Doch nicht. Okay, okay. Okay. So. Jetzt haben wir... Ja, jetzt gehe ich natürlich hier unten hin. Auf jeden Fall. Ja. Ich wollte da neu hin. Achso, ich kann nicht... Ja, okay. Jetzt habe ich es verlassen. Komm, lass knacken. Wo bist du? Wo warst du denn? Im Nightclub? Okay. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da her darf. Darf ich da her? Du musst hier aufpassen, wo der her weit ist. Oh, ich muss aber erstmal den Kultisten gedöhne da. Ja. Ja. Da, 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 da. Da oben ist das, weil ich mich... Ja, ja, Bewegung ist... Komm schon. Jetzt mal bin ich bescheuert, oder was? Ich rass hier an allem vorbei. Kann doch nicht so sein. Nein, das darf nicht sein. Und los. Deswegen reit ich so ungern. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Nix. Oh, 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 nicht. Gib Gummiflumi. So, jetzt muss ich mal hier schauen, was das hier ist. Heiligtum am Sunion. Okay. Ah. So. Wir werden jetzt mal... Zack. Und hoch. Okay, das kann aber nicht alles sein. Ich glaube nicht. Okay, ist das jetzt das Heiligtum, das ich betreten darf, oder, äh, das werde ich gleich merken, wenn ich direkt hingehe. Ja. Nun, komm schon. Hoppigaloppy. So, und da habe ich ihn. Ja, anscheinend. Jo, ich darf hier hin. Oh, habt ihr ein Problem jetzt. Ähm, Sekunde. Ja, Freunde. Das war's erstmal für die Folge. Sie war ja ereignisreich und hat uns gut getan. Also, ihr kennt's. Bitte einmal danke. Ja. Den Daumen nach oben. Einmal abonnieren. Und was schreiben. Und schon macht ihr viele Menschen glücklich. Also, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye.